Stell dir vor, du hast etwas Geld gespart und weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Keine Sorge, jeder hat einmal bei Null angefangen und ich zeige dir, welche Investitionen bei 1000 Euro, 10.000 Euro oder 100.000 Euro am sinnvollsten sind und wie du das Beste aus deinem Geld rausholst. Lebenslagen können sich nun mal ändern und oft ist es nicht einfach, die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Also pass genau auf und viel Spaß mit dem Video. Fangen wir direkt mit der Investitionssumme in Höhe von 1000 Euro an. Jemand, der 1000 Euro investieren möchte, ist zu hoher Wahrscheinlichkeit ein Anfänger. Die meisten werden sicherlich das erste Geld verdient haben und wollen aus 1000 Euro mehr als 1000 Euro machen. Wahrscheinlich wird ihr als erstes durch den Kopf schießen, dass es nicht realistisch ist, mit 1000 Euro sehr hohe Gewinne zu erzielen, aber es ist möglich und zwar ohne, dass man extrem hohe Risiken eingehen muss. Um reich zu werden, musst du eigentlich nur eine einfache, aber wichtige Grundlage verstehen. Eines der wichtigsten Konzepte beim Investieren ist es, den Zinseszinseffekt zu kennen. Durch den Zinseszinseffekt können sich über Jahre oder über Jahrzehnte hinweg erhebliche Summen ansammeln. Doch damit dein Kapital nachher exponentiell wachsen kann, musst du die drei folgenden Hebel beachten. Die Anlagesumme, die jährliche Rendite und die Anlagedauer. Ein einfaches Beispiel, bei einer Anlagesumme für nur 1000 Euro, einem monatlichen Sparplan von nur 100 Euro und einer historisch durchschnittlichen Marktrendite von 8% wirst du nach 35 Jahren einen Endbetrag von mehr als 245.000 Euro haben. Und das alles nur mit 1000 Euro und einem kleinen Sparplan. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, seine Anlagesumme kontinuierlich zu steigern, eine konstante jährliche Rendite zu erzielen und dein Kapital möglichst lange investiert zu lassen. Klingt eigentlich ganz einfach, aber Anleger tendieren dazu, simple und dumme Fehler zu machen. Junge Anleger oder Anfänger, die gerade erst begonnen haben mit dem Investieren, wollen meist von Anfang an hohe Renditen erzielen und gehen unnötige Risiken ein. Das ist für mich ein schwerer Anfängerfehler. Die jährliche Rendite spielt am Anfang nur eine nebensächliche Rolle. Dafür sind die Anlagebeträge noch viel zu gering, als dass es sich lohnt, ein oder zwei Prozentpunkte mehr aus seinen Anlagen zu holen. Zudem hat man als Anfänger gar nicht das Wissen und die Fähigkeiten, diese höheren Renditen mit hinreichender Sicherheit zu erzielen. Wahrscheinlicher ist es, dass du das Geld sogar mit sehr riskanten Anlagen verlieren wirst und somit wertvolle Zeit verschwendest, in der sich das Geld vermehren könnte. Wenn du 1000 Euro investieren möchtest und noch ein Anfänger bist, dann solltest du dich darauf konzentrieren, deine Anlagesumme zu erhöhen. So macht es Sinn, erstmal in die eigene Ausbildung zu investieren, sich nebenbei selbstständig zu machen oder zum Beispiel einen Nebenjob in Erwägung zu ziehen. Wenn du dann später einen gewissen Kapitalstock aufgebaut hast und erste Erfahrungen am Kapitalmarkt gesammelt hast, kannst du dir überlegen, wie du die jährliche Rendite verbessern kannst. Aber welche Investition ist mit 1000 Euro Startkapital für einen Anfänger am sinnvollsten? Hier würde ich die einfachste Anlageklasse mit dem besten Chancen-Risiko-Verhältnis wählen, und zwar ein ETF auf einen breit gestreuten Aktienindex. Ein ETF beinhaltet unterschiedliche Aktien und du kannst von dem Wachstum der zugrunde liegenden Unternehmen profitieren. Stell dir einfach vor, dass alle Leute da draußen, die bei Apple, Amazon oder Google für dich arbeiten und dazu beitragen, dein Vermögen zu vermehren. Aus historischer Sicht steigt der globale Aktienmarkt mit 7 bis 8 Prozent pro Jahr. Das ist eine überragend gute Rendite und mehr braucht man nicht, um langfristig erfolgreich zu investieren. Welchen ETF würde ich hier nehmen? Ich würde ganz einfach in den Vanguard FTSE All World ETF investieren. Mit diesem ETF investiert man in mehr als 3600 globale Unternehmen und dein Geld ist sehr gut über verschiedene Regionen und Sektoren gestreut. Hier kannst du sehen, wie sich die Einzelbestandteile des ETFs auf die unterschiedlichen Sektoren verteilen. Die drei größten Sektoren sind der Tech-Sektor, Finanzen und das Gesundheitswesen. Hier blende ich dir auch noch die Länderverteilung ein. Hier muss man aber sagen, dass diese ganz klar auf die USA ausgerichtet ist. Aber diese Verteilung richtet sich nach der Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen in dem Index und der amerikanische Aktienmarkt ist nun mal mit Abstand der wichtigste Markt. Jemand, der eine andere Verteilung bevorzugt, kann natürlich auch andere ETFs beimischen und so die Ausrichtung etwas anpassen. Aus meiner Sicht ist das aber nicht notwendig. Der ETF hat eine extrem niedrige jährliche Gebühr von nur 0,22% und legt Ausschüttung automatisch wieder an und so kannst du optimal vom Zinseszinseffekt profitieren. Es gibt sicherlich auch noch ganz viele andere ETFs, die in Frage kommen können. Du kannst dich auch für einen anderen entscheiden, der dir dann eher zusagt. Im Grunde genommen kannst du dann auch später mit 10.000 oder 100.000 Euro Vermögen nur in diesen ETF investieren und bist sehr gut aufgestellt. Aber vielleicht möchtest du dann eben doch eine höhere Rendite erzielen, um noch besser vom Zinseszinseffekt profitieren zu können. Jetzt wird es spannend. Du hast 10.000 Euro und willst diese investieren. Du hast schon ein solides Grundverständnis und einen stabilen ETF im Portfolio. Doch wie kannst du mehr aus deinem Geld machen? Kommen wir also zur zweiten Investitionsphase. Nun werden wir fortgeschrittene Anlagestrategien kennenlernen, um höhere Renditen zu erzielen. Und da kommen Einzelaktien mit ins Spiel. Wenn du Aktien kaufst, wirst du quasi zum Mitbesitzer von einem Unternehmen. Das bedeutet, du profitierst davon, wenn sich das Unternehmen gut entwickelt, trägst aber auch das Risiko, wenn es dem Unternehmen schlecht geht. Aber warum sollten wir Einzelaktien zu unserem Portfolio hinzufügen? Nun, Einzelaktien bieten die Chance auf höhere Renditen im Vergleich zu einem breit gestreuten Welt-ETF. Wer also höhere Renditen im Vergleich zur eben genannten Marktrendite in Höhe von ca. 8% erzielen will, muss aber natürlich auch höhere Risiken eingehen. Investieren bedeutet nicht nur Gewinnchancen, sondern auch Verlustrisiken. Keine Anlage ist völlig risikofrei. Mit höheren Investitionssorgen musst du also dein Risiko richtig managen. Du musst dich insbesondere mit dem Thema Verlusttragfähigkeit auseinandersetzen. Verlusttragfähigkeit bedeutet, wie viel Verlust du dir leisten kannst, ohne dass deine finanzielle Stabilität gefährdet wird. Du musst also wissen, wie viel Geld du im schlimmsten Fall verlieren könntest, ohne dass deine Lebensqualität beeinträchtigt wird oder du in finanzielle Schwierigkeiten gerätst. Bei hohen Investitionssorgen ist das besonders wichtig. Wenn du viel Geld investierst, können auch die potenziellen Verluste größer sein. So solltest du also sicherstellen, dass du einen möglichen Verlust verkraften kannst, sowohl finanziell als auch emotional. Wie viel Risiko du dann bereit bist zu tragen, hängt von vielen Faktoren ab, darunter deine finanzielle Situation, dein Alter, deine Zukunftspläne und natürlich deine persönliche Risikotoleranz. Wer zum Beispiel ein sehr hohes Einkommen hat, kann Verluste gegebenenfalls in kürzester Zeit wieder ausgleichen. Und denk dran, ein guter Investor strebt nicht nur nach hohen Renditen, sondern achtet auch darauf, sein Risiko zu managen. Aber wie können wir unser Risiko managen beziehungsweise minimieren? Hier kann es sinnvoll sein, nicht sein ganzes Geld in risikobehaftete Anlagen wie Aktien zu investieren. Du solltest dir also überlegen, einen Teil in risikolose Anlagen wie Tagesgeld zu stecken. Beziehungsweise aktuell braucht ihr nichtmals ein Tagesgeldkonto, da euer Geld auf den Verrechnungskonten von Brokern, wie zum Beispiel bei Scalbe Capital, mit 2,3% verzinst wird. Diese sogenannten risikolose Investitionen haben zwei wesentliche Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass das Risiko in deinem Portfolio deutlich abnimmt. Angenommen, du hast 10.000 Euro in dein ETF investiert und sinkt infolge eines Crashs um 20%, dann sinkt der Wert von deinem Portfolio um 2.000 Euro. Hast du aber nur 50% in den ETF investiert und 50% in risikolose Anlagen gesteckt, dann sinkt der Gesamtwert von deinem Portfolio nur um 1.000 Euro, also 10%. So kannst du dein Portfolio so zusammenstellen, wie es zu deinem Risikoprofil passt. Hier habe ich dir mal drei verschiedene Profile zusammengestellt. Wenn du sehr defensiv agieren möchtest, dann könntest du 50% in den risikobehafteten Teil und 50% zum Beispiel in Tagesgeld stecken. Ein ausgewogenes Portfolio könnte dann so aussehen, dass man 70% in den Aktienmarkt investiert und 30% risikolos anlegt. Und ein aggressives Portfolio sieht dann vielleicht so aus, dass man nur noch 10% in risikolose Anlagen investiert und dann den Rest natürlich in risikobehaftete Anlagen. Ich persönlich habe eine ausgewogene Verteilung für mein Depot gewählt und habe etwas weniger als 30% Cash auf der Hand bzw. lasse mein Geld bei meinem Broker verzinsen. Der zweite Vorteil ist, dass du Cash auf der Hand hast und bei günstigen Marktgelegenheiten zuschlagen kannst. So kannst du günstige Anteile kaufen und so deine Rendite langfristig verbessern. Dieses Konzept kannst du übrigens auch in den folgenden Anlageklassen mit anwenden. Sein Risiko kann man aber auch auf andere Weise managen, indem man zum Beispiel seine Investition diversifiziert. Das bedeutet, dass wir die Anlagesumme auf unterschiedliche Anlagen verteilen. Heißt also, wenn es mit einem Investmentwerk abgehen sollte, dann können andere Investments diesen Verlust ausgleichen, unter Umständen. Man sollte auch darauf achten, dass die Unternehmen nicht aus den gleichen Branchen stammen und man zwischen den verschiedenen Sektoren die Investitionen verteilt. Eine Aufteilung auf 6 bis 10 Aktien kann schon ausreichend sein, um sein Risiko deutlich zu reduzieren. Hier möchte ich allerdings nicht so sehr ins Detail gehen, weil das Portfolio Management ein sehr umfangreiches Thema ist, wie man die richtigen Aktien auswählt. Darüber habe ich schon viele Videos gemacht, die werde ich am Ende auch nochmal verlinken. Aber ich persönlich würde als Empfänger einfach auf Qualitätsaktien zurückgreifen, da diese unter den Aktien aus meiner Sicht das beste Chancen-Risiko-Verhältnis haben. Qualitätsaktien zeichnen sich durch ein gesundes Wachstum, eine konstante Profitabilität, ein sicheres Geschäftsmodell und eine nicht zu hohe Verschuldung aus. Wie könnte nun ein Beispielportfolio aussehen, wenn man 10.000 Euro investieren möchte, 40 Prozent, also 4.000 Euro, könnte man weiterhin in einen ETF investieren, weitere 40 Prozent könnte man in mehrere Qualitätsaktien stecken und die restlichen 20 Prozent als Cashreserve auf der Hand halten. Ich habe dir hier mal eine Liste von 20 Qualitätsaktien zusammengestellt, diese müsst ihr natürlich selber analysieren und bewerten. Es sind aber grundsätzlich natürlich auch andere Aktien denkbar. Welche Rendite kann man mit diesem Portfolio erwarten? Wer in Aktien investiert, der hat, wie eben bereits genannt, ein höheres Risiko. Im Vergleich zu einem ETF, ein Weltportfolio bringt ja um die 8 Prozent Rendite, historisch zumindestens, und bei Aktien sollte man so 10 bis 12 Prozent Rendite pro Jahr erwarten. Kommen wir nun zu der Anlagesumme in Höhe von 100.000 Euro. Du fragst dich sicherlich, was sich ändert, wenn wir mit einer Summe von 100.000 Euro arbeiten. Mit einer hohen Summe haben wir die Möglichkeit, neue Assetklassen in unser Depot mit aufzunehmen. Mit weiteren Assetklassen können wir zudem unser Risiko weiter minimieren und unsere Anlagen weiter streuen. Wir müssen uns also mit weiteren Assetklassen auseinandersetzen, damit höheren Investitionssummen, das Thema Diversifikation und Risikomanagement, zunehmend wichtiger wird. Mit höheren Beträgen wird es, wie wir bereits eben gesehen haben, zunehmend schwieriger, hohe Verluste mit unserem laufenden Einkommen aufzufangen. Bei diesen hohen Investitionssummen kann es Jahre dauern, bis wir mögliche Verluste wieder zusammengespart haben und verlieren wertvolle Zeit, in der sich unser Geld vervielfachen könnte. Doch welche zusätzlichen Anlageklassen kommen hier in Frage? Mit 100.000 Euro öffnet sich unter anderem die Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Auch Anleihen sind eine Überlegung wert und bringen noch mehr Stabilität mit ins Depot. Da die Zinsen aktuell wieder sehr hoch sind, bieten diese auch derzeit wieder interessante Chancen. Auch Edelmetalle wie Gold und Kryptowährungen können eine Überlegung wert sein, um entweder mehr Sicherheit ins Depot zu bringen oder einen weiteren Renditebaustein zu berücksichtigen. Wer sich maximal diversifizieren möchte, kann auch alternative Investitionen betracht ziehen, wertvoller Whisky oder eine seltene Vintage-Uhr. Aber auch innerhalb von Anlageklassen kann man sich weiter diversifizieren. Ich persönlich würde auch schauen, dass man sich im Bereich der Aktien weiter diversifiziert. So ist eine Aufteilung von nur 5 Aktien je nach Risikotragfähigkeit nicht mehr ausreichend. Gegebenenfalls macht es Sinn, 15 oder sogar 20 Aktien hier auszuwählen. Neben den bereits genannten Qualitätsaktien kann man insbesondere auch riskantere Wachstumsaktien für einen Renditeboost in Betracht ziehen. Wachstumsaktien sind Unternehmen, die erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen und häufig im Technologiebereich tätig sind. Diese Aktien sind natürlich auch schwankungsanfälliger und riskanter als andere Aktien, aber sie bieten auch die Chance auf überdurchschnittliche Renditen. In Summe würde ich aber sagen, dass man somit viel breiter aufgestellt ist. Wie könnte ein Beispieldepot hier aussehen? 40% könnte man weiterhin in einen breit gesteuerten Welt-ETF investieren. Dieser Teil bietet eine stabile Rendite und ist auch sehr gut gestreut. 20% könnte man in ausgewählte Qualitätsaktien investieren. Hier ist es aber wichtig, dass man die Unternehmen gut kennt und von den Geschäftsmodellen überzeugt ist. 15% könnte man in Wachstumsaktien stecken. Diese können das Renditepotenzial deines Portfolios deutlich erhöhen, aber natürlich erhöhen sie auch das Risiko. Gegebenenfalls kann man aber vielleicht sogar einen kleinen Teil in sogenannte High-Growth-Stocks investieren. Dies ist eine besondere Art von Wachstumsaktien, die teilweise mit bis zu 50% pro Jahr den Umsatz steigern können. Diese sind aber nochmals riskanter und aus meiner Sicht nur als Beimischung geeignet. Dafür bieten sie aber ein hohes Vervielfachungspotenzial. 20% könnte man in Anleihen oder risikolose Anlagen stecken. Diese Anlagen bieten stabile Erträge und senken das Risiko im Portfolio. 5% bleiben noch übrig. Hier könnte man in Kryptowährungen, Gold- oder alternative Anlageklassen investieren. Kryptowährungen sind sehr volatil und auch sehr riskant. Hier sollte man nur Geld investieren, dass man auch bereit ist zu verlieren. Die Verteilung kann aber je nach persönlicher Risikopräferenz und Anlageziel hier komplett anders ausfallen. Das war nur ein Beispiel. Jemand, der zum Beispiel kurz vor der Rente steht, wird natürlich deutlich weniger in riskante Anlageklassen investieren. Hier bietet es sich an, in risikolose Anlagen zu investieren oder Anlageklassen, die einen Cashflow generieren. Auch muss man nicht unbedingt alle Anlageklassen, die ich eben genannt habe, zwanghaft mit ins Depot aufnehmen. Schreibt aber mal gerne unten in Kommentare, wie eure Verteilung derzeit aussieht. Wie mache ich es aktuell? Ich habe derzeit mehr als 100.000 Euro investiert und meine Verteilung sieht wie folgt aus. 35% habe ich in einem Weltportfolio investiert, 35% stecken in unterschiedlichen Einzelaktien, darunter viele Qualitätsaktien und Wachstumswerte. 28% halte ich als Cash auf meinem Depotkonto und bekomme dafür einen Zins. Daher habe ich hier einen regelmäßigen Cashflow und die restlichen 2% habe ich in Kryptowährung investiert. Ihr seht also, dass meine persönliche Verteilung sehr nah an dem eben genannten Beispiel rankommt. Ich verzichte lediglich auf Anleihen, Immobilien und Rohstoffe. Bevor du nun aber anfängst und dein erstes Portfolio zusammenbaust, solltest du dich noch etwas mehr mit dem Thema Aktienkaufen beschäftigen. Hier rate ich dir dazu, dieses Video hier oben anzugucken und zwar vor deinem ersten Aktienkauf. In diesem Video habe ich wirklich alle Informationen zusammengepackt, die du als Anfänger wissen solltest. Klicke also jetzt auf dieses Video und lerne, wie man Aktien richtig handelt.